Rocco, ich muss mit dir reden. Okay, was ist mein Schatz? Also es ist so, ich langweile mich sehr in unsere Beziehung. Was? Ja, ich langweile mich. Ich finde unsere Beziehung, unser Zusammenleben todlangweilig. Ich meine, wir sind nie unter Leuten. Wir sind immer zu Hause. Ich verstehe das nicht. Ich meine, wir haben hier alles. Ich habe eine Werkzeugkammer, wir wohnen direkt neben der Industrie- und Handelskammer. Du hast hier das Zimmer, da kannst du Fernsehen. Ich meine, das ist öde. Das ist das Problem. Wir sind jetzt seit drei Monaten zusammen und es kommt mir vor wie 30 Jahre. Ich glaube, ich würde lieber ein DJ als ein Mann. Was willst du? Ich meine, pass auf, pass auf. Warte, 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 warte. DJ. Ich kann dir was Besonderes verraten. Fünf Jahre jünger als ich. Warte doch mal. Komm mal kurz zu mir. Setz dich zu mir an den Flügel. Ich spiele dir was vor. Pass auf, ich will dir was Besonderes verraten. Ich schon wieder. Warte doch mal ab, pass auf. Hör zu und schau auf mein Gesicht. Hör zu. Schau. 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 Was ist das? Du fängst irgendwie an, so strahlen. Oh, was passiert denn da? Schau. Oh nein. Du bist nicht etwa. Du bist. Du bist. Du bist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.